Ja, und da sind wir auch schon angekommen, vorletzter Tag des poetischen Pop-Quizzes. Ich würde sagen, ich beginne mal wieder mit der Beginnerfrage für den heutigen Tag. Und zwar lautet diese Frage dort, welcher dieser Helden ist kein Kriegerheld? Da haben wir die Antwort mit der guten Artalia, das ist die richtige. Und da machen wir jetzt weiter mit den nächsten Fragen. Und zwar, wenn Adrien und Elyse ewiger Walzer wirken, wohin wird der Feind gestoßen? Dame in dem Fall Antwort B mit Rand des feindlichen Schlachtfelds. Frage Nummer 2, was ist Gavos Waffe? Hier haben wir Antwort B, nochmals, glaube ich, mit einer Waage. Frage Nummer 3, welchen Typ zusätzlichen Schadens verursacht Mercury bei der Fähigkeit Schattensprung, nachdem sie Schaden ausgewichen ist? Und hier ist es dann nochmals Antwort B, und zwar den Typ Schadens, dem sie ausgewichen ist. Frage Nummer 4, was mag die Panda-Bestie gerne, außer auf Bäumen zu klettern? Und hier haben wir Antwort A, und zwar schläft diese Bestie gerne? Ansonsten kommen wir zur letzten Frage des heutigen Tages, und zwar, wessen Schüler ist Atheos? Hier haben wir Antwort A mit dem guten Aden. Ja, wir haben natürlich wie immer unsere 5 Kisten mit ein bisschen Staub, Gold und XP zur Auswahl, die wir uns abholen können. Ansonsten haben wir ja die letzte Hauptbelohnung gestern schon eingesammelt. Und wir sehen uns ansonsten natürlich morgen nochmal zu Tag Nummer 8, wo wir die letzten 5 Kisten einsammeln können. Macht's bis dort hin auf jeden Fall gut, Leute, und ciao!